Für einen Marmorkuchen benötigen wir etwas Milch, Zucker und Vanillenzucker, Mehl, Akin, ein wenig Rum, Kakaopulver, natürlich Eier und Butter. Dann nehmen wir mal zwei schöne Backformen und fetten sie gut aus. Optimal ist es zum Vergleich natürlich nicht, zwei verschiedene Backformen zu nehmen, aber rückblickend können wir sagen, dass das keinen großen Effekt hatte. Hier sehen wir die Bosch, wie sie die 250 Gramm Butter, also gar nicht so wenig, in der sehr großen Schüssel verrührt. Wie sehen wir es? ... ... ... Jetzt sehen wir das gleiche mit der Kähnwurt. Es funktioniert hier etwas besser, weil die Schüssel nach unten etwas kleiner wird. Bei der Bosch ist die Schüssel unten sehr breit. Das Gesamtvolumen der Kähnwurt-Schüssel ist bei der Chef auch ein bisschen weniger als bei der Bosch. Letztlich vermixte es sich noch ein bisschen. Hier kommt der Zucker dazu. Hier kommt der Kähnwurt-Schüssel. Hier das gleiche bei der Kähnwurt. Bei beiden Geräten wird jeweils ein einfacher Kunststoff-Teigschaber mitgeliefert, der bei Bosch ziemlich untauglich ist. Das Material ist relativ hart und die Form ist so, dass es sich überhaupt nicht an die Schüssel anschmiegt. Es taucht kaum dazu, den Teig wieder nach unten zu schieben. Hingegen ist der Schaber bei der Kähnwurt recht gut. Hier kann man repräsentativ das Geräusch bei der Geräte vergleichen, wenn man einen guten Kopfhörer verwendet. Hier kann man das Geräusch bei der Geräte vergleichen, wenn man das Geräte vergleichen kann. Hier kann man das Geräte vergleichen, wenn man das Geräte vergleichen kann. Diese Szene wurde mit einem Kurzkopf-Mikrofon aufgenommen. Hier kommt das erste Ei hinzu. Und das gleiche bei der Kähnwurt. Die Eier werden einzeln hinzugegeben und es wird reichen, wenn man das Geräte vergleichen kann. Die Eier werden wirklich rühren gelassen. Hier nun schon das vierte und letzte Ei bei der Bosch. Und bei der Kähnwurt. Der Kähnwurt. Der Kähnwurt. Der Kähnwurt. Der Kähnwurt. Der Kähnwurt. Der K blatnwurt. Und der Kähnwurt. Das Mehl wird löffelweise hinzugegeben, hier bei der Bosch. Das Mehl wird löffelweise hinzugeben, hier bei der Bosch. Und hier nun auch bei der Kellenwurt. Das Mehl wird löffelweise hinzugeben, hier bei der Bosch. Und hier bei der Bosch. Um die richtige Konsistenz zu erhalten, wird noch etwas Milchen zu geben. Die anderen Zutaten, wie zum Beispiel der Rum oder die Prise Salz, wurden vorher hinzugegeben und sind hier im Film nicht zu sehen. Da wir auch mit dem Rühren mit der Bosch begonnen haben, ist diese jetzt fertig. Und nun wird auch der Teig aus der Kenwood-Maschine in die Backform gefüllt. Gut ein Drittel des hellen Teiges bleibt noch in der Schüssel, um dann mit Kakaopulver verrührt zu werden. Das klappt ganz ausgezeichnet mit der Bosch-Maschine. Sie rührt so langsam, dass das Kakaopulver überhaupt nicht staubt. Und sie rührt auch ein wunderschönes Muster. Bei der Kenwood klappt das auch sehr gut. Wie man sieht, war das Stufe 1. Der braune Teig wird eingefüllt auf den hellen und hier in die Blumenform gefüllt und umgewälzt. Das gleiche nun auch für den Teig aus der Kenwood-Maschine. Wir verwenden hier ein Automatikprogramm. Ganz fair kann der Vergleich nicht sein, da ja einer der Kuchen oben und der andere unten sein muss. Aber wir nehmen an, dass das keinen großen Unterschied macht. Das Backresultat ist auf jeden Fall bei beiden Kuchen ganz ausgezeichnet. Beide Kuchen haben sich hervorragend aus der schönen Form gelöst und haben auch nach dem Aufschneiden ein wunderschönes Muster.